Hi, liebe Fiat Professional Freunde, liebe Fuhrmann Fans, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns bei Fuhrmann Nutzfahrzeuge. Heute live am Stammsitz in Erharting, dem Nutzfahrzeugstandort. Ich zeige euch heute das neueste von Fiat Professional und ganz exklusiv für euch. Also seid gespannt, denn ich habe für euch den neuen Fiat Ducato Modelljahr 2021 Serie 8. Lange drauf gewartet, jetzt ist er da und ich kann euch sagen, er hat es richtig in sich. Und dabei sind die Äußerlichkeiten eigentlich nur klein gehalten, aber innen drin, da könnt ihr gespannt sein, da versteckt sich ganz neue Werte. Wir schauen uns das gleich an. So, ihr habt es sicherlich gleich entdeckt. Neu beim Fiat Ducato ist die Front und vor allem das Markenlogo. Ich persönlich finde dieses nostalgische Logo, das trotzdem einen Hauch von Moderne mit sich bringt, sehr, sehr schön. Mir gefällt es recht gut und dahinter verbirgt sich auch gleich das Herzstück des Fiat Ducato, der neue Euro 6 Final Motor. 2,2 Liter mit vier verschiedenen Leistungsausführungen oder Ausprägungen. So, wir arretieren hier mal die Motorhaube. Kommt mal her, reingucken. Da fällt gleich mal auf, sieht anders aus. Der 2,2 Liter ist ein extra Transporter Motor, den Fiat wieder hier für euch entwickelt hat. Wir haben 120 PS, 140 PS, 160 PS und 180 PS in der Maximalausführung. Dabei gibt es den Fiat Ducato sowohl als Schaltvariante mit 6-Gang-Handschaltung oder eben auch als 9-Gang-Wandler-Automatik-Getriebe. Ein echtes Highlight. In Kürze auch bestellbar. Wir warten jeden Tag auf die Bestellöffnung. Derweil haben wir viel Spaß mit dem Handschalter. Was kann dieser neue Motor? Das probieren wir nachher noch aus. Wir probieren das natürlich. Wir drehen eine Runde. Solange machen wir hier noch mal die Klappe zu und gucken uns den Ducato weiter in den Details an. Was haben wir denn noch beim neuen Fiat Ducato 2021? Die Scheinwerfer. Auf den ersten Blick wirken sie vertraut. Doch wir haben etwas Neues. Ab jetzt gibt es Full-LED-Scheinwerfer. Hier in dieser Ausführung nicht verbaut. Äußerlich sehen sie aber erstmal identisch aus. Im Inneren liegt dann das Detail. Heute hier die ganz normalen Halogen-Scheinwerfer mit einem LED-Tagfahrlicht. Das kennt ihr schon, aber an diesem Auto auch neu. Der Nebelscheinwerfer jetzt mit Abbiegefunktion. Nicht gerade Rocket Technology, aber doch ein neues Feature, was sehr recht angenehm ist bei Abbiegevorgängen. Von daher mehr Sicherheit, more Safety Fiat Ducato. Jetzt geht's los. Wir haben uns alles jetzt einmal im Detail angeschaut. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie fährt sich der neue Fiat Ducato? Wie ist es in diesem neuen modernen Arbeitsplatz zu sitzen, zu fahren? Und wie gibt sich der Motor im Alltag? Ich möchte euch mal noch was zeigen. Schaut mal. Habe ich auch oft vermisst. Neuer, hochwertiger Schlüssel. Macht gleich viel mehr Spaß, so etwas anzufassen. Fühlt sich satt an. Rennenschloss damit. Und schon geht das voll digitale Display an. Und wir starten. Klingt satt, aber trotzdem ruhig. Gang rein und Blick auf die Straße. Los geht's. Tasten wir uns mal in den Verkehr rein. Und schon fängt die Musik an zu spielen. Das mag ich. Wir machen jetzt mal leiser. Und tasten uns raus. Oh, schön. Geht schön. Nimmt schön den Gang an. Schaltknauf. Liegt super. So, das haben wir gerade schon gemerkt. Hier, anschnallen ist wichtig. Gurtwarner ist angegangen. Jetzt ist alles safe. Lenkrad liegt schön in der Hand. Wir haben jetzt hier die Lederausführung. Ganz neu. Mit dem Bedienpanel auf dem Lenkrad. Wir haben jetzt hier die 6-Gang-Handschaltung mit Ledermanschette. Und wir bewegen uns jetzt hier im 4. Gang. Leicht bergauf. Ortsausgang. Erharding. Und ich habe jetzt hier meinen elektrischen Rückspiegel. Meinen digitalen Rückspiegel. Richtig cool. Gestochen. Scharfes Bild. Ich sehe den nachfolgenden Verkehr. Perfekt. Habe gleichzeitig das neue 10 Zoll Entertainment Display vor meiner Nase. Und habe alles fest im Griff. So, fünfter Gang. 70 km haben wir schon überschritten. Das Auto marschiert gut. Hängt schön am Gas. Klar, wir fahren jetzt gerade leer. Das Auto ist nicht beladen. Aber dennoch guter Fahreindruck. Sehr laufruhig der neue Motor. Die Innenraumgeräusche deutlich geringer. Das kann man gleich mal feststellen. Und macht einfach Spaß. Der Komfort auf dem Sitz ist bekanntermaßen gut. Wir haben auch hier wieder den Sitz, der ja in allen Richtungen verstellbar ist. Vor, zurück, rauf, runter. Rückenlehne verstellbar. Eine Lord Osenstütze, die unseren Rücken schont. Eine Armlehne, die in der Höhe verstellbar ist. Und auf der linken Seite für den anderen Arm, die Ablage. Und hier sind ja auch die Ablagen und die ganze Türverkleidung neu designt worden. Wie ich finde, sehr viel besser angeordnet. Bessere Ablagemöglichkeiten. Gerade das Thema Getränke und kleinere Utensilien zum Mitführen. Sind viel besser berücksichtigt worden. Ich würde meinen, dass jeder Handwerker, jeder Fahrer sich hier deutlich wohler fühlen müsste. Schönes Geräusch. Auch hier vom Blinker, wie wir gerade feststellen. Kein nerviges Klackern, sondern ein schönes, sattes Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak. Ich mag das so. Ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich finde es sehr angenehm. Und ich finde das Geräusch auch sehr wertig, um ehrlich zu sein. So, aus der Kurve raus. Fünfter Gang, beschleunigt schön. 90, 95, 100. Mein Display weist mich darauf hin, dass ich hier auf der Landstraße nur 100 fahren sollte. Also halten wir uns jetzt auch da dran. Und ich sehe auch hier die Ganganzeige vorne im Display zentral vor mir. Ich kann meinen Tankstand schön ablesen und auch die Drehzahl optimal verfolgen. Des Weiteren gibt mir ja das Display etliche Auskünfte zur Fahrzeug-Situation. Wenn ich noch mehr wissen will, kann ich natürlich hier über mein Entertainment-System auch mehr Infos abgreifen. Wie schon erklärt, zum Beispiel auch die Regulierung der Klimaautomatik. Die Gange ist ein einzigesieler. Des Weiteren gibt es noch nicht. Du bist da, wo du siehst. Wenn ich noch mehr Verfolg, dann schaufe ich nicht. Hier bist du ja.